Tag Herrschaften und willkommen in Unterleuten, einem brandenburgischen Dorf, was sag ich, einem Roman von Juli C. aus dem Jahr 2016, wobei man sich nie ganz sicher sein kann, ob es dieses Dorf nicht doch gibt. Immerhin haben viele der vorkommenden Figuren Facebook oder Webseiten. Und die wichtigsten von ihnen sind Rudolf Gombrowski, der große Boss der Ökologica GmbH, wie die ehemalige LPG heute heißt, und damit eigentlich der Dorfchef. Jedenfalls sorgt Bürgermeister Arne Seidel in der Regel für die Umsetzung von Gombrowskis Wünschen, während für seine gröberen Aufträge der Mechaniker Schaller da ist. Gombrowskis Erzfeind von Jugend auf, vor allem aber aus DDR und Wendezeiten ist er hier. Maria, nee, Blödsinn, einfach Kron. Huch, der hat gar keinen Vornamen. Dafür hat er aber eine nette Tochter namens Katrin, die ist Ärztin, nämlich Pathologin. Und vor allem eine zuckersüße Enkeltochter namens Krönchen, die es forstig hinter den Ohren hat. Das sind die Einheimischen. Es gibt aber auch Zugezogene, vor allem erstmal hier Gerhard Vlies und seine Frau Jule. Früher Unidozent und Studentin, jetzt Obervogelschützer und Vollzeit-Mutti. Dann gibt es die Äquiden-Trainerin Linda Franzen, also die Pferdetrainerin und ihren Informatiker und nerdigen Freund Frederik Wachs. Natürlich noch viele andere Figuren. Als letzten erwähnen wir noch den turbokapitalistischen Besserwessi Konrad Meiler aus Ingolstadt. Wir schreiben das Jahr 2010. Nee, weißt du was? Wir fangen mit der Vorgeschichte an. Gombrowski übernehmen sie. Ja, Tag. Die Gombrowskis, meine Familie, waren hier in Unterleuten die Gutsbesitzer. Natürlich hat mein Vater sich gegen die Zwangskollektivierung in der DDR gewährt, so gut er konnte. Aber dann, in den 60ern, haben sie uns die Scheiben eingeworfen und den Kornspeicher angesteckt. Ganz vorne mit dabei, mit Hass und Dachlatte, der junge Kron. Scheiß Kapitalisten! Aber nachdem sie uns das Haus abgerissen haben, habe ich einfach Landwirtschaft studiert und dann die LPG geleitet. Ich habe Kronen sogar gefördert als Mitarbeiter. Ja und? Das war ja wohl deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Und dann 1990, nach der Wiedervereinigung, als wir vor der Wahl stehen, Umwandlung in die GmbH oder Untergang, da weigerst du dich einfach. Ja, weil du dir die LPG unter den Nagel reißen wolltest. Ich habe ihn bekniet. Aber er hat sogar noch andere LPGler aufgehetzt. Zuletzt habe ich ihm sogar ein Stück Wald als großzügige Abfindung angeboten, wenn er einfach aussteigt und uns machen lässt. Ja, großzügig. Großzügig hat er Erik Kessler, meinen Kumpel, und mich in den Wald bestellt und dann seinen Bluthund Schaller geschickt, damit er uns Angst macht. Aber dann… Aua! Oh nein, Kessler ist tot. Du Arsch! Wer will was? Oh, ein Kronen ist ein Krüppel. Ich kapituliere, mach was du willst. Aber vergessen werde ich dir das nie. Soweit zur Vorgeschichte. Jetzt schalten wir ins Jahr 2010, wo wir Stück für Stück die anderen Unterleutner kennenlernen. Denn jedes Kapitel ist aus der Perspektive eines Menschen geschrieben, die sich abwechselnd zum Teil auch widersprechen. Zuerst mal ist der Vlies an der Reihe. Ja, wir wollten Freiheit. Weg aus Berlin, aus der Großstadt, in die Natur. Hier gibt es sogar seltene Vögel wie den Kampfläufer. Und jetzt verbrennt dieser Schaller auf dem Nachbargrundstück Autoreifen. Dieses Tier hat uns in der Hand. Wir hocken drinnen. Es ist heiß. Wir können nicht raus. Wir können nicht lüften. Das Kind brüllt. Rappel! Warum macht der das? Linda Franzen hingegen hat erstmal kein Problem. Nachher kommt der Spekulant aus dem Westen. Von dem kriege ich die Wiese für meine Pferde. Koppeln, dann brauche ich nur noch die Baugenehmigung, um die alte Scheune zu sanieren. Und dann kann ich endlich meinen Pferdehof aufmachen und meinen geliebten Hengst Berger Mott hierher holen. Da bekommt sie einen behördlichen Brief. Äh, Vogelschutz? Blablabla. Errichtung von Koppelzäunen wird verboten. Gezeichnet, Vlies. Grrrr. Und der Meiler, der Kapitalist aus dem Westen sagt, tja, sie sind ja echt nett und hübsch und backen leckeren Kuchen, aber meine Wiese verkaufe ich ihnen nicht. Grrrr, Frederik! Schütt ihm Wasser in den Tank. Da muss er noch hierbleiben und ich kann ihn überreden. Und er so, aber nein, mein BMW ist kaputt. Währenddessen wundert sich Gombrowski noch, warum sein Bürgermeister Arne ihm nicht gesagt hat, warum es bei der heutigen Bürgerversammlung gehen soll. Tja, das ist ganz einfach. Sehr bald werden hier in Unterleuten Windräder wie Pilze aus dem Boden schießen. Äh, apropos, bitteschön, Herr Pilz. Ja, guten Tag, ich bin von der Vento Direkt. Wir sind die windigen Partner des Ministeriums. Und die Franzen und der Vliesu. Auf keinen Fall werden hier Windräder gebaut, nur über meine Leiche. Falsch. Gebaut wird sowieso, die Frage ist nur wo. Denn der Eigentümer der benötigten 10 Hektar kriegt eine massive Pacht und die Gemeinde richtig Gewerbesteuern. Es gibt zwei Eignungsgebiete, wobei aber nur das auf der schiefen Kappe wirklich in Frage kommt. Trotz dieser wirtschaftlich guten Nachrichten formiert der Widerstand sich sofort, allen voran natürlich Krohn. Da steckt der Gombrowski dahinter. Wir müssen Unterschriften sammeln. Ne, wir müssen das vom Naturschutz verbieten lassen. Quatsch. Wir müssen Kapitalisten verkloppen. Und er fängt gleich mal mit Meiler an, aber Katrin hält ihn auf. Gombrowski interessiert erstmal nur eins. Wem gehört dieses Eignungsgebiet auf der schiefen Kappe. Was? Okay. Acht Hektar mir, acht Hektar dem Wessi Meiler und zwei der Franzen. Die muss ich haben. Mit dem Windpark könnte ich meine Ökologika sanieren. Und während Jule schon mal Unterschriften dagegen sammelt, denkt der Meiler sich, tja, also wenn ich hier schon mal auf dem Dorf bin, könnte ich gerade auch noch einen Windpark zusammenkloppen. Den schenke ich dann meinem Sohn, dem Junkie. Der kann davon ein neues Leben finanzieren und meine Mitzi wird endlich auch glücklich. Aber Gombrowski kümmert sich schon. Frau Franzen, 15.000 pro Hektar. Wie bitte? Oh Gott, ich weiß von nichts. Und ich habe gleich so viel Geld gewohnt. Also passen Sie auf. Den Vogelschützer wegen Ihren Koppelzäunen habe ich in der Hand. Ich besorge Ihnen außerdem die Baugenehmigung für den Stall und lasse ihn von Angestellten umbauen. Alles, was Sie tun müssen, ist mir die zwei Hektar zu überschreiben. Deal. Und sie so, vlies, umwirbt sie von der anderen Seite. Hören Sie, das mit den Koppelzäunen und der Baugenehmigung, das ist doch kein Problem. Und sie sagt, dann verkaufe ich nicht an Gombrowski. Und er so, yes, ist doch super, hier der Mastermind im Dorf zu sein. Könnte ich mich dran gewöhnen. Ich treffe mich jetzt mit dem Meiler in Berlin im Adlon. Und da ist er auch schon. Und sie sagt 50.000 für die beiden Hektar. Das sind die nie und nimmer wert. Dies ist keine Verhandlung. Hm, ein bisschen beeindruckt bin ich schon. Deal. Manfred Gortz wäre so stolz auf mich. Stopp, wer ist Manfred Gortz? Äh, das bin ich. Ich habe den ultimativen Kapitalist-Innen-Ratgeber geschrieben. Lindas Bibel. Dankeschön, Manfred Gortz. Ja, gerne. Hat Juli C. dann übrigens noch nachgereicht. Frederik allerdings findet, das ist nicht okay, das ganze Dorf zu verarschen. Du bist so ein Spielverderber. Und sie heult strategisch. Und er so, ach komm. Und fällt natürlich wieder auf sie rein. Während Linda also einen Reibach macht, kriegt Gombrovski den ganzen Ärger ab. Grrrr. Kron hetzt das ganze Dorf auf. Plakate, Windrädchen. Meine Elena ist beim Streit am Gartenzaum verletzt worden. Mehrere von meinen Angestellten kommen nicht zur Arbeit während der Ernte. Aber ich kapituliere nicht. Hier, äh, Vlies. Ja, riechen Sie mal. Ist das nicht eine super Luft, wenn der Schaller mal keine Autoreifen verbrennt? Wenn Linda Franzen ihre Baugenehmigungen kriegt, dann haben wir keine dicke Luft mehr. Nein, 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 nein. Verschwinden Sie. Der Mann ist ein Mörder. Aber seine Frau, die ihn ein bisschen kennengelernt hat, sagt, nee, ganz sicher nicht. Er mag nämlich Sophie. Dann wird es Nacht und die Ereignisse eskalieren. Katrin stellt fest, Krönchen ist weg. Vlies verdächtigt erst mal das Tier auf dem Nachbargrundstück. Schaller, er geht hin und sagt, ich untersuche jetzt ihre Werkstatt. Nö. Äh, dann, ähm, durchkämmen wir doch jetzt erst mal den Wald mit einer Menschenkette. Und der Kron so, das bringt doch nix, da steckt der Gombrovski dahinter. Und kurz bevor sie dessen Haus stürmen, kommt Krönchen daher. Und ihre Mutti so, wo warst du, Krönchen? Und die, ja, ich war bei Tante Hilde und hab mit den Katzen gespielt und die hat mich dann eingesperrt. Wirklich? Tante Hilde ist Gombrovskis Nachbarin und enge Freundin. Trotzdem bleiben Zweifel. Was aber Krön und Co. nicht von weiterer Gewalt abhält. Dem Gombrovski schmeiß ich die Scheiben ein. Und Gombrovski sagt, komm doch her. Und sie prügeln sich. Der schlägt den gehbehinderten Kron fast tot. Aber Linda Franzen geht dazwischen und sagt, ich hab mir den Knöchel verstaucht. Können Sie mich bitte nach Hause bringen? Ja, selbstverständlich. Und so rettet sie den Kron. Die Nacht hat Konsequenzen. Und zwar erstmal bei Katrin. Sag mal, Papa, hat der Gombrovski wirklich Krönchen entführt? Hat er wirklich Erik umgebracht und dich verkrüppelt? Wenn der so gefährlich ist, dann bin ich weg aus dem Dorf. Äh, nee, ich bin einfach ein Idiot. Erik ist von einem Ast erschlagen worden. Ich hab Schaller angegriffen, der mich deswegen verkrüppelt hat. Und Krönchen hat wohl geflunkert. Und sie so, okay. Tja, besser Idiot als einsam im Alter. Auch bei Jule spitzt sich die Situation zu. Hilfe! Sophie war aus ihrem Bettchen weg und lag plötzlich draußen auf der Wiese. Das war dieses Tier. Ich will weg von hier. Und ihr Mann so, okay. Und er geht zu Schaller und spricht mit ihm in der einzigen Sprache, die dieses Tier versteht. Und schlägt ihn krankenhausreif. Du bist ein Mörder und du verschwindest jetzt von hier. Und er so, aua. Und statt sich zu freuen, sagt Linda, verschwinde. Oder noch besser, ich verschwinde. Und weg ist sie. Auch Elena Gombrovski. Verlässt ihren Mann. Ich weiß sowieso nicht, warum ich so lange bei dem geblieben bin. Und den Hund nehme ich auch mit. Komm, Fidi. Ach nee, ich setze dich in Hannover aus. Währenddessen haben Frederik und Linda das Geschäft mit Meiler in Berlin besiegelt. Und er so, ich fahre jetzt allein ins Dorf vor und erzähle alles, um dich zu schützen. Du bleibst erst mal hier in Berlin. Und er fährt vor und stellt fest, was macht denn dieser Traktor da? Und bei einem möglicherweise hinterhältig geplanten Unfall bricht er sich das Genick. Aua. Nein! Und nach diesen ganzen Intrigen und Wirrungen kommt es mit den Windrädern doch ganz anders. Tja, das zweite Eignungsgebiet gehört niemand anderem als Kron. Und der kriegt jetzt den Zuschlag. Er hat mir nämlich einfach gezeigt, dass meine Sickergrube überläuft, wenn ich nicht kooperiere. Als Bürgermeister höre ich auch auf. Daraufhin begibt sich Gombrovski in den tollen Horizontalfilterbrunnen, der Unterleuten mit Trinkwasser versorgt und schneidet sich die Pulsadern auf. Tja, ich habe immer schon mein Herzblut für das Dorf gegeben. Hihi. Aua. Und am Ende erzählt eine Journalistin namens Finkbeiner, was da noch so passiert. Tja, ich habe nach diesem Leichenfund lange über Unterleuten recherchiert. Also Kron ist kurz darauf aufgestorben. Katrin ist jetzt die neue Bürgermeisterin. Jule lebt wieder in Berlin. Linda wohl in Oldenburg. Vlies ist im Gefängnis. Frederik lebt übrigens noch. Und überm Unterleutenerwald drehen sich Windräder sehr bald. Und das, liebe Gemeinde, war Unterleuten von Juli C. Vielen Dank.